Antonia Hemmer packt den wahren Grund für die Trennung von Patrick Romer aus. Nachdem sie sich bei Bauer sucht Frau kennenlernen, sind der Badem-Württemberger und die Influencerin zwei Jahre lang zusammen. 2022 trennen sich die beiden jedoch, und zwar aus einem bestimmten Grund. Wie die 24-Jährige bei Make Love Faker verrät, ist ihr Freund ihr untreu. Während eines Urlaubs auf Mallorca geht sie vor dem Hobbybauer ins Bett. Nachts wird sie dann von einer Freundin geweckt, die sie zu einem anderen Zimmer führt. Dort erwischt sie Patrick mit einer anderen Frau im Bett. Antonia zieht direkt den Schlussstrich. Ich wurde noch nie so schlecht von einem Menschen behandelt wie von meinem Ex-Partner. Viele kennen nur die Geschichten aus dem Sommerhaus, aber in Wirklichkeit war es noch 200 Mal schlimmer. Aktuell sucht die gelernte Kosmetikerin bei Make Love Fake Love nach ihrem Mr. Right. Der Haken, die Teilnehmer sind teilweise vergeben. Antonia muss sich dort also vielleicht der nächsten Enttäuschung stellen.